Heute möchte ich euch über eine wichtige Neuerung informieren, gleichzeitig aber auch eine Warnung aussprechen, was diese Neuerung betrifft. Es geht um die Möglichkeit des Einreichens einer Klage. In meinem Bereich sind das ja häufig Kündigungsschutzklagen und da bitte ich hier ein bisschen zurückhaltend, was die Empfehlung betrifft. Ich sage euch also zum einen, was geht, zum anderen sage ich euch aber auch gleich, wo hier die Tücke liegen und was ich an der Stelle machen würde oder was ich lieber nicht, wovon ich lieber die Finger lassen würde. Ich beziehe mich hier auf einen Bericht von LTO, Legal, wie heißt die eigentlich immer ausgesprochen, Legal, irgendwas mit Legal auf jeden Fall. LTO, die unter der Überschrift auch Bürger können kostenlos digital klagen, darauf hinweisen, dass es wohl jetzt möglich ist, statt auf Papier eine Klage auch digital einzureichen. Und das sogar per Handy und dafür gibt es wohl eine im Rahmen einer Pilotversion jetzt Möglichkeiten, ein digitales Justizpostfach zu nutzen. Dafür braucht man dann eine sogenannte Bund-ID und die Online-Funktion des Personalausweises und das Ganze soll über meinjustizpostfach.bund.de funktionieren. Das ist das hier, ja, da sieht man im Moment noch nicht allzu viel, sondern zunächst einmal, wie man sich hier anmeldet. Das könnt ihr gerne mal probieren, wir werden das auch demnächst mal machen und hier vorführen. Ja, mir geht es im Moment tatsächlich erst mal um eine kleine Warnung. Also nichts Schlechtes, geht da rein und so weiter. Aber jetzt, die Schlagzeile war ja hier Klageeinreichung, ja, digital klagen. Und da bin ich als Arbeitsrichtler jetzt erst mal, vor allen Dingen als Kündigungsexperte, bin ich jetzt erst mal sehr, sehr vorsichtig. Ich erzähle euch das mal kurz hier aus unserem Bereich. Wir haben ja als Anwälte verpflichtend das Anwaltspostfach, das sogenannte BEA, hat viel Theater gegeben. Ich war, sage ich ganz offen, da sehr kritisch eingestellt, weil es am Anfang drunter und drüber ging und weil auch diese ganze Einrichtung aus meiner Sicht nicht sehr benutzerfreundlich war. Letztendlich geht sowas wahrscheinlich immer nur mit dem Holzhammer. Wir haben uns jetzt alle irgendwie auch dran gewöhnt. Ja, und es ist natürlich jetzt auch, sind viele Fragen geklärt und es ist auch einigermaßen gelaufen. Also klopf auf Holz, ich habe nichts hier, aber bei uns zumindest hat es jetzt auch keine irgendwie größeren Probleme mit der Umstellung gegeben. Aber warum war ich so kontra und warum war ich so vorsichtig? Wir haben bei der Kündigungsschutzklage eine Frist von drei Wochen. Innerhalb dieser drei Wochen nach Zugang der Kündigung, also drei Wochen nach Zugang der Kündigung, muss die Klage eingereicht werden und zwar auf dem prozessual vorgeschriebenen Weg. Wenn das nicht passiert ist, dann haben wir zwar noch die Möglichkeit, einen Antrag auf nachträgliche Zulassung zu stellen und irgendwie Riesentheater zu machen, aber wir sind ruckzuck dann schon am Ende, wenn da was schief gelaufen ist, wenn wir da einen Fehler gemacht haben. Ja, das ist so der eine Punkt. Das heißt, Vorsicht, wenn du jetzt irgendwie da eine Klage einreichst, es könnte sein, dass das nicht in Ordnung war, dass da nichts, was nicht funktioniert hat, dass da irgendwie irgendwas doch nicht ging und das Problem, was du hast, deine Kündigung lässt sich dann nicht mehr wirksam angreifen. Ich sage euch ja immer, wenn ihr auch auf Abfindung aus seid, je höher das Risiko für den Arbeitgeber, je höher eure Abfindung. Da gilt natürlich auch umgekehrt, je geringer das Risiko, je niedriger die Abfindung. Und wenn der Arbeitgeber schon sagen kann, deine Kündigungsschutzklage ist doch gar nicht fristgerecht und da zumindest was dran sein könnte, man weiß es vielleicht gar nicht, man hat vielleicht noch einen Antrag auf nachträgliche Zulassung gestellt, aber das ist alles, man begibt sich damit total in die Defensive. Ich sage euch ja immer, wir wollen möglichst zurückweisen, klagen und noch alle anderen Dinge, Druck aufbauen. Ich sage immer, wenn ihr in so ein Verfahren geht und ihr habt mehrere Waffen, ihr habt eine Kanone, ihr habt eine Pistole und ihr habt ein Messer, dann nehmt alle Waffen mit. Wir gehen mit allen Waffen bis an die Zähne bewaffnet, soweit es geht. Hier wäre das so, wenn ihr sowas macht, dann schmeißt ihr, wenn ihr Pech habt, schon eure Kanone und eure Pistole auf einem Schlag weg und geht nur noch mit dem Messer dahin. Der Erfolg wird entsprechend sein. Also Vorsicht, das ist so der eine Grund. Es gibt aber noch einen zweiten Grund. Natürlich kann man seine Klage selbst einreichen. Dafür empfehle ich aber nach wie vor zur Rechtsantragstelle des zuständigen Arbeitsgerichts zu gehen und dort direkt mit den entsprechenden Mitarbeitern die Klage einzureichen. Das hat Nachteile, dazu habe ich auch schon Videos gemacht, das hat Nachteile. Du hast niemanden, der haftet, wenn da Fehler passieren. Und du wirkst auch hilflos, weil du halt einfach keinen Profi an deiner Seite hast. Deswegen ist ja meine Empfehlung immer, wenn ihr eine Kündigung oder einen Aufregungsvertrag bekommen habt, ruft doch mal an. Könnt ihr in dem Fall kostenlos deutschlandweit und besprecht das, ob das nicht doch besser ist, das mit einem Anwalt zu machen. Aber wenn du warum auch immer sagst, nee, das biete auch nicht nur ich an, das bieten andere Anwälte auch an. Wenn du jetzt warum auch immer sagst, nee, ich will das selber machen, dann empfehle ich dir aber wirklich wenigstens diesen Weg auf dich zu nehmen, zur Rechtsantragstelle zu gehen und das dort zu machen. Sollte es irgendwann tatsächlich von mir getestet auch Möglichkeiten geben, die safe was anderes vorsehen. Ja, wir gucken uns das noch an, ja, dann werde ich dir das hier beibringen, dann werde ich dir hier darüber Mitteilung machen und dir das genau erklären, Schritt für Schritt, dass du das digital dann gegebenenfalls selber machen kannst. Wenn du das dann wissen willst, dann abonniere vielleicht jetzt schon mal den Kanal. Bis dahin aber lieber den anderen Weg. Schreib mir gerne unten in die Kommentare rein, wenn du das alles Quatsch findest, wenn du schon die erste Kündigungsschutzklage erfolgreich selber digital eingereicht hast. Und auch es keinen Ärger gab und eine fette Abfindung rausgeholt hast, ja. Schreib mir aber bitte auch umgekehrt, wenn du vielleicht eine ähnliche Erfahrung gemacht hast und sagst, ja, das stimmt, da möchte ich doch lieber vorwarnen.